Manuendlichkeitsunmöglich, ich glaub das ist das Beste hier Wenn ich dich anschaue bekomme ich immer gute Laune, das freut mich Donnerblitz echt, wirklich Freut mich echt Ich krieg immer gute Laune, wenn ich zu meinem Babysitting gehe Da vergesse ich alles andere, das ist einfach für mich das schönste auf der Welt Wen findest du besser, dich oder dich? Ich finde Ola besser Ninjas gehören zu den magischen Affen, weil Ninja Kiwi das Spiel erfunden hat und das Spiel ist magisch, lol LOL Eliminati Was ist Chimps? Chimps ist der Schimpansen-Modus Der Schimpansen-Modus ist der härteste Modus in diesem Spiel Dort funktionieren keine Continuous, du kannst dort kein extra Geld bekommen, das heißt Benjamin und die Affenbänke funktionieren nicht, Affenbanken Du kannst keine Türbe verkaufen Du kannst kein Affenwissen benutzen, das heißt dieser Mana-Shit funktioniert nicht Oh nein, ist Level 99 Uh, fast Level 100 Und Ja, also Chimps ist einfach die Die meisterhafteste Herausforderung, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe Echt heftig Dieser Modus Strategie spielen Irgendwie kommen die ziemlich weiter gehen, das finde ich zu geil Ah, guckt euch diesen Quincy-Skin an Mmmh, lecker Zarrbomber Sorry meinte Watschschwitzen, ja ist genauso Müll Watschschwitzen ist auch doof Wenn du nur mit einer Kategorie spielen können dürftest, mit welcher wär würdest du äh mit Magi Mit Magi Magieraffen einfach okay sind Das ist der Moduspiel zu gerade, das ist am Platz zur Lübse Auf Mittel Der obere Zweig Das letzte Hä? Achso, ich hab die 60 schon durch Ich glaube, wann kriegt man... Nö, wo eine 63 Okay Gönnt euch, guckt euch das an, alle auf einmal Huch Huch Alles weg Einfach weg Hä? Was ist jetzt los? Fue ich das mal an Was ist denn jetzt los? Ist das beabsichtigt? Nee, oder? Guck mal, die funktioniert die ganze Zeit weiter, die Bombe Huch Huch Okay Ich geh ein Problem mit, ne? Alle weg Huch Huch Die Bombe ist zerbuckt Huch Guck ich den Damage an Huch 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 Ja, Runde 71, ne? Ich würd mal sagen, äh Runde 5 Millionen ist gesichert Ohja Hi, ich bin eine Cola Ja, nehm ich, nehm ich Das nehm ich Huch 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 Was ist der schwarze Rahmen? Der schwarze Rahmen ist quasi Symbolisiert dir, dass du die gesamte Map schon geschafft hast, ja? Das heißt, du musst jede einzelne Medaille Ähm, machen Das ist so dumm, ey Jede einzelne Medaille auf jedem Modus Und du musst den Chimps Modus in Mit der schwarzen Medaille abschließen Ähm Das heißt also, dass du nicht einmal aus dem Game raus Gehen darfst Oh, jetzt ist Oh ja, ne, ich wollte sagen, die Zerbom ist auf Cooldown Kennt man das Richtige aussehen von Quincy? Ja, der andere Skin Machst du heute noch eine Map Schimpansen? Ne, heute wollte ich kein Schimpansen mehr Chimps C-H-I-M-P-S-Alpaka Äh, ich find das so witzig Ja, das ist alles, das ist alles Erfahrungssache in dem Spiel Jo Ich find das witzig eigentlich, wie ich ja gar nicht rausgehen Guck mal, dass der DDT Einmal weg Einmal, alles weg Komm, mach zur Seite die Ballons Mach weg Komm, hau weg Ihr habt da keine Wir machen mal bis zu 100 Wir machen bis zu 100 Wir gucken mal, ob ich den Bad auch instant kille Es ist schon ein bisschen Cheating, muss ich sagen, ne Ein bisschen, ein bisschen Cheating ist das Minimal Aber ganz minimal ist das Cheating Bananen-Farm Warum muss ich die Bananen-Farm machen, Tom? Eine Frage, was hat der Nightbot zu mir gesagt? Ja, das soll nicht spammen, also sie hat zu viele Symbole sieht er als Spam, aber ist in Ordnung Und fünf Sekunden Timer Ich will den Bad auch gar nicht haben, weil ich find's grad mega witzig Die verschwinden einfach, ja Einfach weg Wern gelöscht Wie so ein Radierer geht der rüber Was wie so ein Radiergummi, ja Geht einfach nur die Map durch Das ist einfach so witzig Aber bis zu 100 dauert es doch voll lange, ja Magst du den Affenmarkt? Ich find ihn ultra nice Welchen Affenmarkt meinst du? Okay, wir werden ab Runde 100 mal die richtige Bombe betätigen Bei den Plantagen Den Affenmarkt Bananenzentrale meinst du? Standard oder Militär besser? Standard ist für dich Basisaffen oder was? Die ganze Map ist verstrahlt auf jeden Siehst du mal, was hier passiert, wenn du eine Atombombezündung bist? Alles weg Was denn Nightbot in Ruhe? Marktplatz Achso, du meinst das hier Ist okay Aber wenn du wirklich Geld haben möchtest Der Marktplatz sorgt dafür, dass du nicht mehr selber einsammeln musst Das ist das praktische daran, ja So, wenn du das jetzt so machst, musst du halt nichts mehr einsammeln Das wirklich das maximale Geld, was du auch bekommst Das ist aber aus der, ähm, aus der Bananen, die aus dem oberen, wo du selber sammeln musst Der Bananenplantage, äh, der Affenbank, sorry Oh, Affenbank, nehmen wir die Zinsen Gerade wenn du, wir können aber jetzt doch von Zinsen machen Weiß man, ich kann, ähm, mit einem Affenwissen kannst du insgesamt 12.000 in die Bank machen Und die Zinsen sind einfach extrem krass Ja, Standard ist basic Also ich finde, Standardaffen sind auch nicht verkehrt Alle haben von Nachteile Fahrt eines Teams sind der Hammer Ja, ich danke dir Vier Runden nur noch, dann werden wir mal die Zahnbombe zünden Und den Back nicht mehr benutzen Ja, so kann ich verstehen, dass der, der ist der Turm Mega OP ist, ne Wenn man so rumbackt hier Wie viel besser findest du BTD6 als BTD5 und was daran? Alles Ich finde, BTD6 ist tausendmal besser als BTD5 In jeder einzelnen Hinsicht Es gibt in BTD6 nichts Was schlecht ist Gut, außer, dass die Türme jetzt noch nicht alle implementiert sind Aber die kommen nach und nach, ne Wie der Mörser gezeigt hat Ja, ich könnte aber noch Ich will ich gar nicht Das ist doch kein Rekord Ich versuche aus dem Game Ich weiß nicht Ich kann auch nicht verlieren Das ist auch doof Also ich würde es ganz gerne durchlaufen lassen Wegen Sapeur, weißt du Lass Gucken Ob er den Liedern ohne One hätte Ja, ich denke, der wird den Bad One hätten Aber das wollte ich da testen So, der Bad müsste einfach mal kommen Da ist er Macht er damage Er macht einfach mal 20.000 Schaden Er macht einfach mal 20.000 Schaden Okay, achterhin Kommt noch zu Im Game Ohne Also das wird nicht gespeichert Dummerweise Was ich ein bisschen schade finde, glaube ich Ich glaube das wird nicht gespeichert Nur wenn ich Wird das gespeichert? Ich glaube das wird nicht gespeichert Weil ich würde das ganz gerne machen Um den Sapeur Dings zu bekommen Das Sapeur Achievement Ansonsten denke ich würde es einfach nochmal nachspielen In einer normalen Mission bei mir Und das einfach durchlaufen lassen Bis rund 50 Millionen oder so Dass wir die Sapeur Dings mal hinbekommen Das Sapeur Achievement Okay, wir machen mal Hauptseite Ich weiß nicht, ob ich Weitermachen kann Oder vielleicht kriege ich auch gar keine Medaille Ich weiß es gar nicht Kann ich eine Medaille bekommen? Oh ja Hier, seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Den schwarz glänzenden Rand Könnt ihr ihn sehen, Leute? Könnt ihr ihn sehen? Ich kann leider nicht näher herascrollen Das ist ein bisschen schade Könnt ihr ihn sehen? Wir haben es in den letzten 2 Stunden 17 Minuten und 30 Sekunden dazu gebracht Diesen Mission komplett Oh, ich kann sogar weitermachen Nice! Ich glaube ich kann weitermachen Cool Alles klar Das heißt Das heißt, Leute Sofern der Bug immer noch da ist War das natürlich ganz geil Wir werden ohne Probleme wahrscheinlich Dieses Achievement abschließen können 5 Millionen Werblins oder Blunts der Morbklasse zerstören Ich lass es dann einfach mal durchlaufen Der Glitch funktioniert, das ist ja natürlich ärgerlich Wie findest du die Mörser? Ich glaub da kann es nämlich stark sein Ja, die normale Bombe Aber ich will nicht, dass der Bug weggeht Das ist leider nur ein Bug Ich benutze die Bombe immer Na klar, es ist ein Bug Ist ja nicht gewollt Wir können hier im Militär Zack Die Basiskosten aller Medischlerven sind um 5% verringert Fortschrittliche Logistik Bam! Unsere Türme kosten weniger Ich werde die drei Dinge auch noch machen Dann habe ich den Tree auch fertig Weil der Mörser ist ziemlich nice Ein bisschen Skill noch hier Dazu machen wir haben wir den zweiten Zweig fertig Zauberer, Held Achso drinnen sogar Zauberer, Held und Militär Die